In der Schweiz leiden viele Personen an unspezifischen Rücken- oder Kreuzschmerzen. Unspezifisch bedeutet, dass keine klare Ursache wie ein Unfall oder eine Verletzung bekannt ist. Grund für die Schmerzen können verspannte Muskeln im Rücken sein, eine zu schwache Rumpfmuskulatur oder eine Fehlbelastung des Bewegungsapparates. Schwerwiegende Erkrankungen sind eher selten Ursache dieser Art von Schmerzen. Um den Grund für unspezifische Rücken- und Kreuzschmerzen zu ermitteln, gibt es mehrere Verfahren. Das klassische Röntgenbild zeigt Knochenstrukturen auf. Die Computertomographie, kurz CT, bildet nebst Knochen und Gelenken auch Bänder, Sehnen und Bandscheiben ab. Die Magnetresonanztomographie, abgekürzt MRT, liefert detaillierte Aufnahmen von Weichteilen und Rückenmark. Obwohl diese Verfahren in der Schweiz häufig zum Einsatz kommen, ist unklar, ob eine Bildgebung bei Rücken- oder Kreuzschmerzen tatsächlich nützlich ist. Grund genug für uns, dieser Sache nachzugehen. Helsana engagiert sich für die Gesundheit und fördert aktiv Eigenverantwortung und Gesundheitskompetenz. Komplexe Fragen rund um die Gesundheit nehmen wir unter die Lupe und zeigen die Fakten auf. Das Harding-Zentrum für Risikokompetenz an der Universität Potsdam hat den potenziellen Nutzen und Schaden von bildgebenden Verfahren bei Rückenschmerzen anhand wissenschaftlicher Studien zusammengefasst. Im Rahmen mehrerer Studien wurden Erwachsene mit langanhaltenden, unspezifischen Rücken- und Kreuzschmerzen bis zu zwei Jahre lang beobachtet. Unabhängig davon, ob die Patienten mit bildgebenden Verfahren untersucht wurden oder nicht. Bei gleich vielen Personen verbesserten sich die allgemeine Beweglichkeit und die Lebensqualität mit der Zeit wieder. Eine übermäßige Bildgebung kann hingegen Schäden für den Patienten zufolge haben. Bei Röntgen und CT werden Patienten Strahlung ausgesetzt, die bei übermäßigem Einsatz das Erbgut verändern kann. Zudem können Patienten durch die Bildgebung einen falschen oder zufälligen Befund erhalten, wie beispielsweise eine erkennbare Abnutzung der Wirbelsäule. Dabei muss dieser Befund aber nicht die Ursache für die Schmerzen sein. Im Extremfall können solche Befunde unnötige Operationen zur Folge haben. Zusammenfassend kann festgehalten werden, bei unspezifischen Rückenschmerzen trägt eine bildgebende Untersuchung nicht zur Verbesserung der allgemeinen Beweglichkeit und der Lebensqualität bei. Es kann zunächst abgewartet werden und eine Beratung und Schulung zu den möglichen Ursachen im Vordergrund stehen. Diese beinhalten Maßnahmen zur Steigerung der körperlichen Aktivitäten im Alltag und zum Selbstmanagement, wie zum Beispiel Stressbewältigung. Auch nicht-medikamentöse Behandlungen, zum Beispiel eine Physiotherapie, eine manuelle Therapie oder Akupunktur, können zur Schmerzlinderung beitragen. Hält der Schmerz über sechs Wochen an, verschlimmert er sich oder schränkt er die Beweglichkeit zunehmend ein, kann über eine Bildgebung nachgedacht werden. Auch bei Lähmungserscheinungen oder Taubheitsgefühl ist ein bildgebendes Verfahren ratsam. Jede Person muss letztlich, nach Rücksprache mit seiner Ärztin bzw. seinem Arzt, für sich entscheiden, ob ein bildgebendes Verfahren sinnvoll ist. Jetzt haben Sie einen besseren Überblick über dieses Thema.